Ja, hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von DJ Atomek. Heute möchte ich euch mal meine neue Fotobox präsentieren, wie die so funktioniert und was es damit auf sich hat. Und das Projekt wird den Namen tragen, Netfix. Und warum das so ist oder wie es dazu kommt, das erfahrt ihr nach dem Intro. Also ich habe mir mal überlegt, wenn man so in edlen Locations feiert, dann sollte es auch irgendwie eine edle Fotobox geben. Und dann habe ich mich umgeschaut und habe mir dann dieses herrliche Ding besorgt. Ich zeige mir das mal jetzt aus der Nähe. Hier oben der Kopf, der dann auch noch ein Schriftzug hat. Dann schön aus dunklem Holz, schön dreibeiniges Stativ in der Höhe Verstellbar. Also wirklich sehr, sehr schön. Ja, und optional auch, wenn es noch mal ein bisschen dunkler ist, dann kann man auch hier den Rahmen als zusätzliche Beleuchtung dazu schalten. Und ja, ich finde, das hat schon irgendwie ein sehr, sehr ansprechendes Design. Ja, ich möchte euch jetzt mal so die Funktionsweise von den Dingen mal erklären, wie das Ding so im Gebrauch bedient wird, was dabei so rauskommt, damit ihr auch mal einen Eindruck davon gewinnen könnt, wenn das im Einsatz ist. Und dann noch so ein paar Impressionen von Veranstaltungen, wo die Fotobox schon mal gestanden hat. So, jetzt mal was zur generellen Funktionsweise. Also man drückt jetzt hier auf Start. Sucht sich dann Platz. Jetzt mal ein letztes Foto. Setzt ein Kimmik hoch oder setzt den Hut auf oder sonst irgendwas. Ja, dann ist das Foto fertig. So, jetzt hier nochmal die Demonstration der Funktionsweise. Ich habe jetzt hier die Tastenhandel, hier mein Handy. Drücke auf Start. Die Uhrfänge anzuzieren. Und ich sage, jawohl. So, und jetzt habe ich die Möglichkeit, das als E-Mail zu versenden oder mit einem QR-Code. Ich gehe dann auf QR-Code, dann wird dieser QR-Code hier erzeugt. Ich halte das Handy davor. Ich sage, okay. Und schon ist mein Bild auf meinem Handy. Und von hier aus könnte ich es jetzt nach überall hin verschicken. Und von hier aus könnte ich es jetzt nach oben. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, das ist sie, meine Fotobox. Ich hoffe, ihr findet das Ding genauso cool wie ich und ihr konntet mit dem Video was anfangen. Das ihr seht, cooles Ding, schönes Design, Funktion erst rein. Man kann natürlich auch einen Drucker drin anschließen, aber ich finde, es kostet ein bisschen weniger. Und später nach der Veranstaltung kriegt auch jeder den USB-Stick mit dabei, wo alle Fotos drauf sind, wo man dann gezielt aussuchen kann, was möchte man jetzt von den Dingern drucken, die man hatte. Und so verschickt man einfach die Dinger direkt per WhatsApp oder man schickt die per E-Mail raus und man hat dann nicht irgendwelche Sachen rumfliegen, was man dann hinterher eh wegschmeißt. Also ich finde, coole Sache, praktische Sache. Netflix heißt das Thema und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Fragen, Anregungen gerne in die Kommentare, lasst ein Abo da, gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und ich sage bis zum nächsten Video, euer DJ Atomic.